Ludwig Erhard, Wohlstand für alle, Teil 7 Fünftes Kapitel, Marktwirtschaft überwindet Planwirtschaft. Zitat Die Wirtschaftspolitik hat begonnen mit dem Stichwort der freien Marktwirtschaft und der Liberalisierung. Sie hat im Frühjahr geendet mit dem Einfuhrstopp, der das Fiasko der ganzen Politik vor allem auch im Außenhandel kennzeichnet. Inzwischen sind so ziemlich alle Prinzipien und Theorien, die der Bundeswirtschaftsminister hier immer wieder vertreten hat und sein Dogma völlig zusammengebrochen. Sie werden mir zugeben müssen, dass der Herr Bundeswirtschaftsminister, der ausgezogen war, die Zwangswirtschaft zu beseitigen, jetzt drauf und dran ist und bis zum Hals drinsteckt, wieder eine obendrein noch miserabel funktionierende Bewirtschaftung einzuführen, nachdem die ganze Wirtschaftspolitik schiefgegangen ist. Zitat Ende Es ist noch gar nicht so lange her, es war im Verlauf der Korea-Krise am 11. Oktober 1951, dass der Sprecher der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag diese heute unwahrscheinlich anmutenden Ausführungen vortrug. Inzwischen sind die freie Konsumwahl des westdeutschen Bürgers, die freie Preisbildung in nahezu allen Bereichen der gewerblichen Wirtschaft Wirklichkeit geworden. Jeder Unternehmer kann und darf das frei produzieren und frei verkaufen, was der Markt verlangt. Er ist darüber hinaus hinsichtlich der Betriebsgestaltung, der Rationalisierung und seiner Investitionsvorhaben frei, wie es dem Wesen einer Unternehmungswirtschaft im Leistungswettbewerb auf freien Märkten entspricht. Dieses Eingangszitat erinnert daran, wie heftig selbst noch vor wenigen Jahren um die marktwirtschaftlichen Prinzipien gestritten wurde. Die Ablehnung der Marktwirtschaft war dabei innerhalb der Opposition nahezu einmütig, wenn auch sicherlich mit unterschiedlichen Motiven. Einige waren geneigt, die Richtigkeit dieser Grundsätze überhaupt zu verneinen, andere hielten ihre Verwirklichung im Nachkriegsdeutschland mit seinen zerstörten Produktionsanlagen und mit den Millionen von Flüchtlingen für unmöglich. Heute allerdings gehört dieser lebhafte und vitale Kampf bereits der Vergangenheit an. Er ist eigentlich schon Historie geworden. Protokolle der damaligen Verhandlungen lesen sich heute wie Seiten aus einem unerhört spannungsreichen Roman. Es lohnt sich, in diesen Blättern der jüngsten deutschen Geschichte herumzustöbern. Das erste deutsche Nachkriegsparlament, der Wirtschaftsrat in Frankfurt und später der Bundestag der ersten Legislaturperiode erlebten aufregende Tage heftigster Parlamentsdebatten. Wir wollen uns im Folgenden an die amtlichen Protokolle der Diskussionen halten. Die größte Oppositionspartei, die SPD, ließ in den Tagen der Währungsreform keine Zweifel darüber, dass sie die Befreiung des deutschen Volkes von staatlichen Eingriffen, die ich Zug um Zug mit der Währungsreform allen Produzenten, allen Sparten des Handels und des Handwerks, aber vor allem dem Konsumenten zu gewähren beabsichtigte, nicht verwirklicht sehen wollte. Zitat Zitat Meine Partei ist durchaus mit dem Standpunkt einverstanden, dass jener, das heißt der freie Preis, bezahlt werden sollte, wenn man eine gesunde Wirtschaft hat, nicht aber in einer Wirtschaft, wo der Mangel so unerschöpflich ist. Was sich hier anbahnt, ist schon einmal sehr klar und zutreffend gekennzeichnet worden, als das Stahlbad der freien Preise, durch das die deutschen Unternehmer das deutsche Volk hindurchtreiben wollen. Das alles hat keinen Sinn. Es wird zu einer Katastrophe führen, Preispolitik zu machen, ohne sich ein einziges Mal zu überlegen, wie die Entwicklung der Preise, die nach oben gehen, verlaufen soll. Das geht nicht. Was Sie bisher gesehen haben, führt dahin, dass eine Morgentau-Politik von deutschen Unternehmern betrieben wird, die verheerender wirken wird als das, was Morgentau einstmals beabsichtigte. Jeder von uns wünscht, dass dieses Zwangsbewirtschaftungssystem wegfällt. Aber man kann damit nicht die These aufstellen, dass damit die Zwangsbewirtschaftung endlich zu Ende sei. Wir stehen nach wie vor auf dem Standpunkt, dass die Wirtschaft nur in Gang gesetzt werden könnte durch eine systematische Planung und durch eine ebenso systematische Lenkung aller notwendigen Bedarfsgüter in Deutschland. Zitat Ende. Soweit der Sprecher der Opposition. Damit verdeutlichte Kreisig das, was in der ersten Diskussion mit mir in der 14. Vollversammlung des Wirtschaftsrates am 21. und 22. April 1948 von Seiten der Opposition vorgebracht worden war. In dieser Sitzung hatte ich in Vorankündigung der Währungsreform festgestellt, Zitat, Bei all diesen Betrachtungen gehe ich selbstverständlich von einer Konzeption aus, die sich nicht allein mit einer quantitativen Verbesserung des Missverhältnisses zwischen Warenangebot und kaufkräftiger Nachfrage begnügt, sondern das Übel an der Wurzel packt. Jede Regelung, die uns aus fortbestehender, wenn auch schwächerer Diskrepanz dennoch dazu zwingen würde, die bisherige Form der Bewirtschaftung einschließlich des Preisstopps als das auch künftige Wirtschaftssystem beizubehalten, jede Regelung, die dem Spuk der preisgestoppten Inflation nicht ein jähes Ende setzt, sondern aufs Neue den Prozess der Bildung überschüssiger Kaufkraft anstieße, würde entweder noch weitere Währungsaktionen notwendig machen oder wäre sogar das Unheil zu verewigen geeignet. Mit der entschiedenen Ablehnung dieses Wirtschaftsprinzips predige ich durchaus nicht die Rückkehr zu den liberalistischen Wirtschaftsformen historischer Prägung und einem verantwortungslosen Freibeutertum einer vergangenen Zeit. Dass das heutige System entweder in freiere marktwirtschaftliche Formen oder zum absoluten Totalitarismus übergeleitet werden muss, wird jedermann anerkennen, der sich des Zwangscharakters unserer wirtschaftlichen Lage aus dem währungspolitischen Chaos heraus bewusst ist. Zitat Ende. Völlig verschiedene Auffassungen. Der Sprecher der SPD, Dr. Kreisig, stellte klar, dass er grundsätzlich andere Auffassungen sei. Es ist aber ein Gebot der Gerechtigkeit, daran zu erinnern, dass auch manch einer, der nicht auf Seiten der SPD stand, ähnlich dachte. Gewiss nicht verwunderlich angesichts einer industriellen Produktion von 50% von 1936 bei um Millionen gestiegener Bevölkerungszahl. Dr. Kreisig, Zitat. Es ist eine, ich möchte sagen, Unwahrheit und ich glaube auch unhaltbare Situation, wenn man erkannt hat oder erkennen muss, dass ohne planmäßiges Eingreifen und eine wirklich gut durchdachte Planung Deutschland, was für Hilfe immer es bekommen mag, wirtschaftlich nicht in Ordnung gebracht, nicht wieder auf die Füße gestellt werden kann, dass man dann vielleicht irgendeines Scheines halber oder weil gewisse Tendenzen da sind, die so gerne das Vergangene auslöschen möchten und morgen mit dem freien Unternehmertum wieder beginnen wollen, aus Konzession an diese Vorstellung diejenigen Probleme verwischt, die ganz im Gegenteil klarzustellen notwendig sind. Zitat Ende. SPD-Abgeordneter Schöttle, heute Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Bundestages, sekundierte Kreisig, Zitat. Ich glaube, wenn wir nicht dazu kommen, den Gedanken einer ökonomischen Sanierung in Deutschland mit dem Gedanken einer gelenkten Umorganisation zu verbinden, einer Verlagerung bestimmter industrieller Sektoren, bestimmter Energien unserer Volkswirtschaft auf andere unter den neuen historischen Bedingungen wichtige Gebiete, wenn wir das nicht durch politische Entscheidungen und daraus sich ergebende Lenkungsmaßnahmen herbeiführen, dann werden wir es überhaupt nicht schaffen, denn aus freier Initiative wird es ganz bestimmt nicht entstehen. Wir wollen die Freiheit der Wirtschaft in einem anderen Sinne, als Sie sie vielleicht wollen. Wir haben nämlich erfahren, dass die sogenannte freie Wirtschaft nur für einige Leute Freiheit bedeutet und für andere genau das Gegenteil. Zitat Ende. Nun zurück zu der denkwürdigen 18. Vollversammlung des Wirtschaftsrates, wenige Stunden vor der Währungsreform. Meine Ansicht gegenüber dem Pessimismus Kreisigs. Zitat. Den Zusammenbruch der Idee aller staatlichen Bewirtschaftsformen mit sich gebracht hat. In allen Kreisen unseres Volkes besteht nur eine einzige Sehnsucht, aus dieser Zwangsjacke befreit zu werden. Es kann also der Weg nur dahin gehen, wieder zu freieren marktwirtschaftlichen Formen zurückzufinden, den Zwang, der das einzelne Individuum, den Verbraucher von Konsumenten bis zum Produzenten hin täglich gepeinigt hat, wieder aufzulösen. Zitat Ende. In Anbetracht der vielen Forderungen nach staatlicher Einflussnahme auf die Preisbildung hielt ich es hier im Wirtschaftsrat für angebracht, noch vor der Währungsreform meine grundlegende Überzeugung unmissverständlich auszusprechen, dass Bewirtschaftung und Unfreiheit in der Preisbildung nicht voneinander zu trennen sind. Wer das eine fordert, muss sich darüber im Klaren sein, dass er auch das andere in Kauf zu nehmen hat. Zitat Täuschen wir uns auch nicht und das ganze deutsche Volk weiß es nur allzu gut, dass auf der einen Seite die Bewirtschaftung und auf der anderen Seite der Preisstopp und die Festpreisbindung die äußeren Zeichen der Misswirtschaft waren, unter der das Volk durch 15 Jahre geseufzt hat. Wenn wir nicht entschlossen sind, an diesen klassischen Symptomen unserer Misswirtschaft den Hebel anzusetzen, dann wird niemand im Volk daran glauben, dass diese Währungsreform wirklich zu unserer Gesundung führen wird. Es ist unmöglich, die Wirtschaft von zwei Seiten her lenken zu wollen. Man kann nicht auf der einen Seite von der Behörde her nach irgendwelchen Schlüsseln den Warenstrom lenken und auf der anderen Seite durch die natürliche Nachfrage, wie sie von jedem einzelnen Staatsbürger in freier Entscheidung aufgrund freier Konsumwahl getätigt wird, eine andere Verteilung vornehmen. Aber ich lehne das Prinzip der Plane und Lenkung dort radikal ab, wo es den einzelnen Staatsbürger von früh bis abends als Konsumenten oder Produzenten quälen soll. Zitat Ende Der Sprung ins kalte Wasser Gegenüber diesen Ansichten entgegnete Dr. Kreisig, Zitat, Die These, die inzwischen aufgestellt worden ist, der Sprung ins kalte Wasser, ist genau das, was ich kennzeichnen und worauf ich aufmerksam machen wollte, indem ich sagte, dass es für die Unternehmer das Stahlbad der freien Preise sei. Es ist in meinem Gefühl nach ein überaus fragwürdiger Schritt, einen todkranken Mann ins kalte Wasser zu schmeißen. Und die deutsche Wirtschaft ist ein todkranker Mann seit drei Jahren. Den wirklichen Umfang der Krankheit und das Restchen von Pulsschlag, das diese kranke Wirtschaft noch hat, werden wir am Tage der Wirtschaftsreform sehr deutlich feststellen können. Ich erkläre, dass meine Fraktion hier nicht mitgeht. Mit dem bisschen Lohnerhöhung, dass sich die Arbeiterschaft nach der Währungsreform erkämpfen wird, wird sich jeder Einzelne beispielsweise auf ein paar Strümpfe oder ein Hemd beschränken müssen. Wurde dieser Pessimismus, der nur ein bisschen Lohnerhöhung erwartete, durch die Praxis bestätigt? Quelle Statistisches Bundesamt Die SPD beeilte sich, den Stab bereits über den Ansätzen der sozialen Marktwirtschaft zu brechen, vielleicht ahnend, dass man ihr in absehbarer Zeit diese heftige Kritik nicht mehr abnehmen würde. Knapp drei Wochen nach dem Tage der Währungsreform erklärte der Sprecher der SPD, Dr. Seufert, heute wie in der ersten Legislaturperiode SPD-Bundestagsabgeordneter und Spezialist für finanzpolitische Fragen, in der 19. Vollversammlung des Wirtschaftsrates am 8. und 9. Juli 1948. Zitat Wie liegen denn die Dinge? Zitat Ende Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung in jenen ersten Wochen und Monaten nach der Währungsreform verstrickt sich die SPD, die offensichtlich den Absprung von ihrer grundsätzlichen oppositionellen Haltung nicht vollziehen konnte, in immer größere Widersprüche. In der 20. Vollversammlung des Wirtschaftsrates vom 17. bis 20. August 1948 stellt der rechtspolitische Sprecher der Sozialdemokraten Dr. Arndt fest, Zitat Zitat Ende Dr. Arndt vergisst, dass sein Kollege Dr. Kreisig noch, wie eben zitiert, am 17. und 18. Juni 1948 ausgerufen hatte, Zitat Die neue Währung ändert nichts an der wirklichen Produktionsbasis in Deutschland. Zitat Ende Die SPD lässt keinen Zweifel daran, dass sie den Initiator der sozialen Marktwirtschaft stürzen will. Sie spürt wohl immer mehr, wie sehr die Konsequenzen dieser Wirtschaftspolitik sich auch auf ihre eigene Partei auswirken werden. In dieser 20. Vollversammlung stellt sie den Antrag, den Direktor der Verwaltung für Wirtschaft abzuberufen, der nach leidenschaftlicher Diskussion mit 47 zu 35 Stimmen abgelehnt wird. Hier ist es der SPD-Abgeordnete Schöttle, der die lange heftige Anklagerede hält. Zitat Es ist bekannt, dass wir zu Herrn Professor Erhard und seiner Wirtschaftspolitik von Anfang an kein Vertrauen gehabt haben. Wir haben mit aller Schärfe vor dem Tempo gewarnt, dass der Herr Direktor der Verwaltung für Wirtschaft mit der Aufhebung der Bewirtschaftungsvorschriften und der Preisbindung offenbar einzuschlagen beabsichtigte. Wir haben erklärt, dass wir gegen die Zwangswirtschaft seien, wie wir sie vom Nationalsozialismus geerbt haben, dass aber der Mangel auf Jahre hinaus auf vielen Gebieten unserer Wirtschaft eine ständige Erscheinung sein würde und dass eine Beschränkung der Freiheit im Interesse der gerechten Versorgung der breiten Massen unserer arbeitenden Bevölkerung im Interesse des sozialen Friedens auf geraume Zeit notwendig sei. Zu dieser Beschränkung der Freiheit bekennen wir uns ohne Scham. Zitat Ende Der Sprecher der SPD-Fraktion Schöttle fährt fort. Zitat Sie weisen einem großen Teil unserer Bevölkerung eine Rolle zu, die weit, weit unterhalb des tragbaren Existenzminimums liegt. Und Sie wissen auch, dass das so ist. Wir haben gewarnt vor dem Sprung ins kalte Wasser. Dass Sie an Ihre Wirtschaftstheorien so lange glauben, bis Sie durch die Realität ad absurdum geführt werden, davon bin ich vollkommen überzeugt. In Deutschland werden Millionen von Menschen auf Jahre hinaus gar nicht in der Lage sein, in irgendeinen Wettlauf einzutreten, wenn nach dem Rezept des Herrn Prof. Dr. Erhard das Geld der wahre Bezugsschein ist. Zitat Ende Diese bemerkenswerte Feststellung von Schöttle zwingt zu dem einzig logischen Schluss, dass die SPD dem Verbraucher einen anderen Bezugsschein als das Geld in die Hand geben wollte, welcher dann über die Kaufkraft des Geldes hinweg die letzte Berechtigung zu einem gewünschten Kauf geben sollte. Hier zeigt sich, wie die SPD spürte, dass die von ihr immer wieder ausgesprochene Absage an die freie Preisbildung ein Bezugsschein-System auslösen würde. Schöttle in der gleichen Rede. Zitat Zitat Ende Dem Kommunismus in die Arme Wie war es in Wirklichkeit mit dieser Verzweiflung, die die Menschen dem Kommunismus in die Arme treiben sollte? Die Kommunistische Partei erhielt bei der Wahl zum 1. Deutschen Bundestag am 14. August 1949 mit 1,362 Millionen, 5,7 Prozent aller Stimmen. Bei der folgenden Bundestagswahl am 6. September 1953 nur noch 2,2 Prozent oder 607.860 Stimmen. Angesichts dieser Behauptung erschien es angebracht, mein Bekenntnis zur Marktwirtschaft zu wiederholen. Zitat Es ist hier so gesagt worden, als ob man beide Dinge, Bewirtschaftung und Preisbildung trennen könnte, als ob man daran denken könnte, das eine zu tun und das andere zu lassen. Auch das erweist sich bei näherer Betrachtung als eine völlige Illusion. Bewirtschaftung und Preispolitik gehören zusammen wie die siamesischen Zwillinge, aber wie diese sind sie eben auch nur zusammen eine Missgeburt und nicht mehr. Auf der 22. Vollversammlung des Wirtschaftsrates vom 27. September bis 1. Oktober 1948 stellt der Agrarexperte der SPD, Herbert Griedemann, noch einmal die Gretchenfrage. Zitat Hat sich denn eigentlich etwas Entscheidendes gebessert? Er erklärt Prof. Erhard hat heute wieder einmal seine Theorie vorgetragen, ohne Rücksicht auf die Tatsache, dass die Widersprüche immer größer werden, je länger diese Theorie angewandt wird. Wir sind hier erst am Anfang der langen Reihe von Preiserhöhungen. Zitat Ende Wurde diese Voraussage durch die folgende Preisentwicklung bestätigt? Der Preisindex der Lebenshaltung 1938 gleich 100 entwickelte sich wie folgt. September 1948 gleich 159 Dezember 1948 gleich 168 März 1949 gleich 167 Juni 1949 gleich 159 September 1949 gleich 155 Der gleichen Sitzung des Wirtschaftsrates kommt noch in anderer Hinsicht historische Bedeutung zu. Hier wird der Lohnstopp aufgehoben, jenes typische Kind der Kriegs- und Zwangswirtschaft. Die Verabschiedung dieses in seinen Auswirkungen hochbedeutsamen Gesetzes beansprucht nur wenige Minuten. Dr. Hans Wellhausen, damals eines der führenden Mitglieder der FDP, machte darauf aufmerksam, Zitat In der 24. Vollversammlung des Wirtschaftsrates am 9. und 10. November 1948 wiederholte Kriedemann, Zitat Das, was man hier die freie Marktwirtschaft nennt, ist nichts anderes als das Resultat der Überlegung, wie können wir diese feine Art des Geschäftes, dass sich die Starken auf Kosten der Schwachen mit dem nötigen Polster versehen, auch nach der Währungsreform fortsetzen. Zitat Ende Angesichts der nicht zu leugnenden Preiserhöhungen in der zweiten Jahreshälfte 1948 haben mich kaum viele um mein Amt und meinen Auftrag beneidet. Meine Gegenfrage? Zitat Zitat Ende Der sinnlose Generalstreik Diese Sitzung fand unmittelbar vor dem angekündigten Generalstreik statt, mit welchem zum ersten und bis heute zum letzten Male in der deutschen Geschichte der Versuch gemacht wurde, die soziale Marktwirtschaft durch einen Streik wegzufegen. Meine Ansicht zu diesem Vorhaben? Zitat Ich bin der Meinung, dass dieser Streik tatsächlich keine Berechtigung hat. Denn wenn er etwa dahin wirken und dahin zielen soll, mich im Besonderen darauf aufmerksam zu machen, dass die Dinge noch nicht in Ordnung sind, dass noch viel zu tun übrig bleibt und dass uns allen hier noch eine soziale Verpflichtung auferlegt ist, ein günstiges Verhältnis zwischen Löhnen und Preisen herzustellen, dann kann ich Ihnen wirklich sagen, dass dieser Streik so überflüssig ist wie ein Kropf. Denn, das weiß ich auch, dass wir das tun müssen. Davon können Sie überzeugt sein. Wollen wir wirklich nicht so viel ruhige Besinnung üben, dass wir den Dingen Raum gönnen? Zitat Ende In der 27. Vollversammlung am 2. und 3. Dezember 1948 bezeichnete der Wirtschaftspolitiker der SPD Dr. Kreisig die von mir verfolgte Politik als katastrophal. Zitat Der Kampf ging in den folgenden Wochen weiter. Die Opposition verbiss sich jetzt in die Forderung nach einem unabhängigen Preisamt, welches mir die Preispolitik aus den Händen winden sollte. Auf diese Forderung entgegnete ich in der 28. Vollversammlung, Zitat Wenn der Antrag auf Errichtung einer selbstständigen Preisbehörde irgendeinen Sinn haben soll, dann doch nur den, dass ein selbstständiges Preisamt eher und besser in der Lage wäre, die ökonomischen Spannungen zu beseitigen, unter denen wir leiden. Ich habe schon oft an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es völlig abwegig ist, viele der preispolitischen Erscheinungen als Folgen der Wirtschaftspolitik zu bezeichnen. Inzwischen ist es klar geworden, dass diese Preisangleichung und die Auffindung eines neuen Preisstandards vielmehr eine unabdingbare Folge der Währungsreform waren. Es handelte sich lediglich darum, das Preisniveau an das durch die Währungsreform veränderte Geldvolumen und damit zugleich an den internationalen Preisstandard anzugleichen. Entweder würde diese selbstständige Preisbehörde genau die gleiche Preispolitik verfolgen oder aber es könnte, wenn sie eine andere Politik verfolgte, nur eine Politik nach rückwärts sein, die in der Folge dazu führen würde, die Waren wieder vom Markte verschwinden zu lassen und alle Zustände der preisgestoppten Inflation hervorzurufen. Zitat Ende Mit der Währungsreform war von der Wirtschaft der Schleier weggezogen, der jede echte Kalkulation unmöglich gemacht hatte, hinter dem sich aber auch eine Pseudobeschäftigung verbarg. Es wurde von mir bereits vor der Währungsreform darauf hingewiesen, dass ein Umschichtungsprozess, der zunächst mit höherer Arbeitslosigkeit verbunden wäre, notwendigerweise in Kauf genommen werden müsse. Das Steigen der Arbeitslosigkeit bereitete allenthalben große Sorgen. Hier hieß es, gute Nerven zu bewahren. In der 37. Vollversammlung des Wirtschaftsrates vom 23. bis 25. Mai 1949 erklärte ich, Zitat Wir müssen alles tun, um dieses ernste soziale Problem zu lösen. Aber vergessen Sie das eine nicht, was ich schon sagte. Wir müssen eine Kreditpolitik der mittleren Linie verfolgen. Wir dürfen nicht den Druck von der Wirtschaft nehmen, damit wir die inneren Strukturfehler der deutschen Wirtschaft überwinden, die sich in den 15 Jahren gezeigt haben. Wir dürfen nicht darauf verzichten, die Wirtschaft zu höchster Rationalität, zur Ausmerzung alles dessen zu zwingen, was keine echte soziale und volkswirtschaftliche Funktion erfüllt. Die Preissetzungen, die wir seit Januar erreicht haben, bedeuten indirekt eine Verbesserung der sozialen Lage, eine Erhöhung der Realkaufkraft. Darauf ist auch diese Kreditpolitik vorzüglich zurückzuführen. Wenn wir hier das Steuer energisch herumreißen, wenn wir hier gleich großzügige Lockerungen verfügen würden, dann wäre zu befürchten, dass dieser sozial gesunde Prozess eher zum Abstoppen kommt, als es nach Lage der sozialen Bedingungen in unserem Volke unter allen Umständen nötig erscheint. Zitat Ende Die SPD nahm diese unbestreitbare schwierige Situation wieder zum Anlass, um die latente Krise der Marktwirtschaft zu proklamieren. Zitat In der Verwaltung für Wirtschaft ist noch immer nicht die Erkenntnis durchgedrungen, dass der Ablauf der Wirtschaft seit der Währungsreform sich keineswegs weiter so vollzieht, wie es uns in optimistischer Weise verkündet worden war. Wir befinden uns in gewissem Grade im Zustand einer mehr oder minder latenten Krise, aus der ein Ausweg zunächst nicht erkennbar ist. Zitat Ende Demgegenüber meine Ansicht. Zitat Ich glaube, wir müssen beweglich operieren. Das letzte Dreivierteljahr hat uns gezeigt, wie problematisch diese Planwirtschaft überhaupt ist. Man kann mit Zahlen alles beweisen. Bloß werden die Zahlen von der lebendigen Wirklichkeit weggespült. Das gilt für alle Programme, zum Beispiel auch für diejenigen, die ersonnen werden müssen, um der Gefahr einer weiteren Ausdehnung der Arbeitslosigkeit zu begegnen. Ja, für die Investitionsplanung, die wir durchgeführt haben, und die Anstrengungen, die wir machen, um die Kapitaldecke, den Kapitalfonds, dafür sicherzustellen. Ich lehne persönlich jeden derartigen Zwang zu einer Kapitalbildung auf das Entschiedenste ab. Es wird alles darauf ankommen, Kapital auf organische Weise zu bilden. Ich bin überzeugt, ob man das glauben wird oder nicht, und man hat mir in diesem Hause schon vieles nicht geglaubt, dass wir die derzeitige Stagnation mit marktwirtschaftlichen Mitteln überwinden können, während uns die Verkrampfung der Planwirtschaft ganz sicher tiefer in die Verstrickung hineinführen würde. Zitat Ende Stand hinter dieser Behauptung ein leichtfertiger Optimismus oder sprach aus ihm ein Realismus, der durch die Entwicklung bestätigt wurde? Beunruhigt durch die Arbeitslosenziffer von über eineinhalb Millionen am Jahresende 1949, aber auch unter Außerachtlassung des Anstiegs der Beschäftigungszahl und der nahezu rasanten Steigerung der industriellen Produktion, wiederholte die SPD am 9. Februar 1950, nunmehr in der 36. Plenarsitzung des Bundestages, ihren Angriff auf die Marktwirtschaft. Hier war es der inzwischen verstorbene Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, Dr. Nölting, der im Namen der Opposition erklärte, Zitat Ich möchte, meine Damen und Herren, dass wir alle uns einmal einen kurzen Augenblick vergegenwärtigen, welches Ausmaß von Elend, Verzweiflung und Ausweglosigkeit diese Zahlen der Arbeitslosigkeit umschließen. Jedenfalls war seit dem Kriege die Lage auf dem Arbeitsmarkt noch niemals so alarmierend wie in der gegenwärtigen Zeit und alle Erfolge der Wirtschaftspolitik, die schmalen Erfolge, die bisher erzielt werden konnten, erscheinen gefährdet, sofern es nicht gelingt, diese bedrohliche Entwicklung, die unser Fundament zu unterspülen beginnt, abzubremsen. Dabei ist der Index der arbeitstäglichen Produktion, 1936 gleich 100 gesetzt, von 98 im November auf 95 im Dezember zurückgeglitten. Die Januarzahl ist mir noch unbekannt. Jedenfalls sind wir von einer Normalisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse noch weit entfernt. Die westdeutsche Wirtschaft droht sich auf einen Stand von ca. 90 bis 95 der Leistung des Jahres 1936 einzuspielen, wobei wir aber nicht vergessen dürfen, dass sich die Bevölkerung derweil um 20% vermehrt hat. Sollten sich aber die finanz- und güterwirtschaftlichen Kreisläufe auf diesem Niveau zu schließen beginnen, dann müssten Millionen von Arbeitskräften außerhalb jeder Beschäftigungsmöglichkeit bleiben. Gewiss, Minister Nölting hatte scheinbar recht, aber nur in einer sehr kurzfristigen, saisonbedingten Entwicklung. Der Index der industriellen Produktion war von 102,2 im November 1949 auf 90,9 im Januar 1950 abgefallen. Er schnellte aber bis zum November 1950, also in Jahresfrist, auf 133,3 herauf, um dann noch im Laufe des Jahres 1951 den Stand von 147,8 im November zu erreichen. Nölting fährt fort. Zitat Zitat Ende Dr. Nölting proklamierte hier, den Sozialdemokraten sei die Entwicklung der Beschäftigten und Arbeitslosenziffern das entscheidende Konjunkturbarometer. Es drängt sich die Frage auf, ob dieser Satz für die SPD auch heute noch gilt, wo er geeignet ist, die beste Bestätigung der Richtigkeit der Marktwirtschaft zu liefern. Was sagt die Statistik? 1949 Beschäftigte 146.000.000 Arbeitslose 1.230.000 1956 Beschäftigte 19,399.000 Arbeitslose 476.000 1962 Beschäftigte 21,097 Millionen Arbeitslose 142.000 Quelle Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung Vom Pfad der Tugend abweichen In Anbetracht der damals herrschenden Arbeitslosigkeit fordert Nölting, Zitat Arbeitslosigkeit, weitere Kaufkraftschwund, verstärkte Absatzstockung, erhöhte Arbeitslosenzahlen Es muss gehandelt werden, selbst wenn gewisse wirtschaftliche Gefahrenmomente vorliegen sollten, Zitat Ende Hier war ein Rat erteilt, zu dem ich nicht schweigen konnte Zitat Deflationskrise ist ein Zustand, der sich dadurch auszeichnet, dass es in der Wirtschaft an Investitionsbereitschaft, an Investitionslust fehlt Ein Zustand, der zu einer fortdauernden Geldstilllegung und Desinvestierung führt Ich stelle fest, gerade das Gegenteil ist das Kennzeichen unserer heutigen Wirtschaft Es besteht ein ausgesprochener Hunger nach Investitionskapital Sie können sagen, was Sie wollen Zurückführen, die wir glücklich überwunden haben Zitat Ende Der bayerische DGB-Vorsitzende und SPD-Abgeordnete Wönner warnte in gleicher Sitzung den Bundeswirtschaftsminister Zitat Sicher sind die Menschen in der Beurteilung der Wirtschaftspolitik Nicht bei der Blickrichtung auf dem Nullpunkt stehen geblieben Es blieben aber auch nicht weitere Erfolge aus Die CDU erhielt nicht zuletzt in Konsequenz der wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Fortschritte Am 6. September 1953 12,44 Millionen Stimmen gegenüber 7,36 Millionen am 14. August 1949 Am 15. Februar 1950 definiert der SPD-Abgeordnete Dr. Veith, Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg, die Aufgabe der Wirtschaftspolitik Zitat Das Ziel muss ein Wirtschaftsapparat sein, der möglichst allen arbeitswilligen Menschen des Landes den Arbeitsplatz sichert Eine Produktion, mit der der inländische Bedarf, sei es direkt, sei es über den Weg des Außenhandels, gedeckt wird Und eine Leistungsfähigkeit, die es der deutschen Wirtschaft ermöglicht, qualitäts- und preismäßig den Wettbewerb mit den anderen Ländern auf dem Weltmarkt aufzunehmen Zitat Ende Minister Veith lässt keinen Zweifel darüber, dass er die soziale Marktwirtschaft für ungeeignet hält, dieses Ziel zu erreichen Zitat Die Situation ist sehr ernst und niemand, nicht einmal der Unternehmer, der auf diese Weise seinen Status wieder in Ordnung bringen konnte, kann daran eine Freude haben Zitat Ende Die Erwiderung auf diese Angriffe trägt dem Bundeswirtschaftsminister einige harte und bemerkenswerte Zurufe auch des SPD-Parteivorsitzenden Dr. Kurt Schumacher ein Zitat Wir wollen nicht Mittel zur Anwendung bringen, die, um es ganz deutlich zu sagen, wieder in die Zwangswirtschaft zurücktreiben Lachen und Zurufe bei der SPD, Beifall bei den Regierungsparteien Zitat Ende Zitat Ende Zitat Ende Beifall bei der SPD-Parteien Lachen und Zurufe von der SPD Ihre Gegnerschaft gegen diese Wirtschaftspolitik hat nicht zuletzt ihren Grund auch darin, dass diese Wirtschaftspolitik das ganze Funktionärswesen in unserer Wirtschaft zerschlägt Lebhafter Beifall bei den Regierungsparteien Abgeordneter Schöttle Das ist doch ein grober Unfug, was Sie jetzt wieder hier sagen Weitere Zurufe von der SPD Abgeordneter Dr. Schumacher Aber die Funktionäre sorgen für die Arbeitslosen und Sie nicht So sehen Sie aus Lebhafter Beifall bei den Regierungsparteien Damit wird Ihnen Ihre Hausmacht in der Bürokratie zerschlagen Und wenn Sie vorhin fragten, ob unsere Wirtschaftspolitik mit christlicher Auffassung zu vertreten ist Abgeordneter Dr. Schumacher Was wissen Sie davon? Dann sage ich darauf, christlich ist diejenige Wirtschaftspolitik, die den Menschen, jedem einzelnen Menschen hilft Und diese Wirtschaftspolitik treiben wir Lebhafter Beifall bei den Regierungsparteien Zurufe links Zitat Ende Die SPD lässt nicht locker mit ihrer Forderung Durch eine Kreditausweitung die Arbeitslosigkeit zu überwinden Eine Kreditausweitung, die in jener Phase der Entwicklung hätte preistreibend wirken Und damit die Stabilität der Währung gefährden müssen Am 1. Juli 1950 erklärte der SPD-Abgeordnete Kohlbaum Bekannter Wirtschaftspolitiker seiner Partei, Jurist und Volkswirt und leitender Mitarbeiter bedeutender Wirtschaftsunternehmen Zitat Ende Am 28. Juli 1950 holt die SPD wieder zum Schlag aus Wobei der Antrag auf Entfernung des Bundeswirtschaftsministers aus seinem Amt mit 142 Ja, 187 Nein-Stimmen bei 28 Stimmenthaltungen abgelehnt wird Damals erklärte ich Zitat Nein, meine Damen und Herren, Sie wollen einen Mann beseitigen, der Ihnen mit Erfolg Widerstand geleistet hat Lebhafter Beifall bei den Regierungsparteien Abgeordneter Dr. Schumacher Wir haben Sie noch nie als einen Mann angesehen Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und will zu Ihrem Antrag nur das eine sagen Das könnte Ihnen so passen Lebhafter Beifall bei der CDU und bei der DP Erregte Zurufe von der SPD Große Unruhe links Zitat Ende Patentrezepte helfen nicht Mit der 102. Sitzung beginnen die großen leidenschaftlichen Parlamentsdebatten um die Bewährung und noch mehr um die Bewahrung der Marktwirtschaft während der Koreakrise und der damit verbundenen wirtschaftlichen Hosse Kritische Wochen, in denen auch mancher andere Abgeordnete des Bundestages daran zweifeln mochte, ob die Marktwirtschaft fortzusetzen möglich und richtig sei In der 102. Sitzung am 15. November 1950 fragt in Anbetracht der auftauchenden Schwierigkeiten im Grundstoffsektor einer der SPD-Sprecher Zitat Zitat Ende In der Bundestagssitzung am 14. November 1950 versuche ich bezüglich der Kohlenversorgung für eine nüchterne Betrachtung Verständnis zu finden Zitat Zitat Ende Gewiss, es war nicht zu leugnen, die Kohlensituation war schwierig geworden Der Bergbau gehörte aber auch zu den Bereichen, in denen die marktwirtschaftlichen Prinzipien am allerwenigsten zu praktizieren waren War die unbestreitbar schwierige Lage, der die Opposition das Recht zur Kritik zu geben schien, aber wirklich so katastrophal? Die folgende Steinkohlenbilanz dieser Zeit, einschließlich Koks und Briketts, vermittelt einigen Aufschluss Kohlenbilanz in Millionen Tonnen Produktion Am 25. Januar 1951 erinnert Zitat Was nun die Frage betrifft, nämlich die Einsparung bei der Beleuchtung Punkt des Korea-Konflikts macht die SPD erneut den Versuch, die soziale Marktwirtschaft zu beseitigen Die Parlamentsprotokolle dieser Monate sprechen eine berätige Sprache Ja, sie vermitteln noch heute einen Eindruck von der echten Leidenschaftlichkeit dieses Streites Dr. Nölting übernimmt es in der 126. Sitzung am 14. März 1951 schärfste Angriffe zu formulieren Zitat Denn die Wirtschaftspolitik steht heute im Brennpunkt des öffentlichen Interesses Ich glaube aber, dass diese leidenschaftliche Anteilnahme und Interessiertheit bestimmt kein Ruhmeskapitel für den Herrn Bundeskanzler und seinen Wirtschaftsminister bedeutet Ich glaube, meine Damen und Herren, es war ein zu hoch gegriffenes Wort, wenn der Herr Bundeswirtschaftsminister seine Rede als eine Programmrede bezeichnete Sehr gut bei der SPD In Wirklichkeit war sie eine gestammelte Entschuldigungsrede Hört, hört und Widerspruch bei den Regierungsparteien Vollrufe, Beifall bei der SPD Eine Rede, die sehr viel interessante und in diesem Munde ungewohnte Vokabeln enthielt Sehr richtig bei der SPD Herr Professor Erhardt, was Sie heute auf dieses Podium brachten, das war die Mumie Ihrer Marktwirtschaft Beifall bei der SPD Wenn Sie in den Spiegel schauen, möchte ich Sie fragen, erkennen Sie sich selbst denn eigentlich wieder? Heiterkeit und Beifall bei der SPD Horcht man in die Diskussion des Mannes der Straße, so geht es neben der Arbeitslosigkeit, von der der Herr Bundeswirtschaftsminister Bezeichnenderweise wiederum überhaupt nicht sprach Sehr richtig bei der SPD Denn eine Arbeitslosigkeit von 1,5 oder 1,6 Millionen wird inzwischen regierungsseitig fast schon als konstante Größe empfunden Ich sage, sieht man von dieser Arbeitslosigkeit ab, so geht es bei diesen Diskussionen in der Tat heute in erster Linie um die Frage der Preise Damit ist das am meisten brennende Thema angeschlagen Sicher spielt beim Auftrieb der Preise der durch Rüstungskonjunktur bedingte aufwärts weisende Preistrend auf dem Weltmarkt eine nicht zu leugnende Rolle Auch wir werden nicht verlangen, dass man sich gegen diesen Preisanstieg völlig abschirmt und dass man die Preise auf ein bestimmtes kalendermäßiges Datum hin einfach einfrieren lässt Man hätte mehr Vorsorge treffen können, damit uns der Anprall des Preisanstiegs nun nicht mit seiner ganzen Wucht trifft Damit uns nun nicht alle Ziegelsteine auf den Kopf fallen, wie es jetzt leider tatsächlich der Fall ist Zitat Ende Stimmte es, dass der Preisanstieg die westdeutschen Verbraucher mit voller Wucht traf? Was lehrt der internationale Vergleich? Anmerkung des Sprechers Es folgt nun ein Preisindex der Lebenshaltung, wobei 1950 gleich 100 gesetzt wird Ein Vergleich zwischen Großbritannien, Frankreich, Schweden, USA, Belgien und der BRD Ergebnis ist, dass über die Jahre während der Koreakrise Deutschland noch den wenigsten Preisanstieg hatte Dilettantismus und Tatsachen Minister Nölting bekannte in der gleichen Rede Zitat Die falsche Preispolitik für uns beginnend mit der überhasteten Beiseiteräumung aller Preisregulierungen im Sommer 1948 Ist es auch gewesen, die uns in den zweiten Notstand gebracht hat, dessen Folgen wir heute zu tragen haben In jene Bezirke von Engpässen, die sich als Bremse für den weiteren Produktionsanstieg auswirken Sehen Sie, meine Damen und Herren, wenn jeder beliebig investieren und seinen Produktionsapparat nach eigenem Gusto vergrößern kann Dann braucht ja auch dieser Mann für die Vergrößerung künftig mehr Kohle, mehr Stahl, mehr Strom, mehr Gas Alles Dinge, die wir nicht genügend haben Schon deshalb kann eine beliebige Produktions- und Kapazitätserweiterung nicht jedem zugestanden werden Ohne dass zumindest ein Bruchteil der Investitionen in jene Bezirke abgeführt wird, wo die Engpässe bestehen Und nun zum Schluss, meine Damen und Herren Diese Engpässe bilden sich immer mehr zu Bremsen und Flaschenhälsen für unseren Export aus Unsere Ausfuhrziffern, das ist ja das Betrübliche, hinken hinter unseren Einfuhrziffern hinter dreien Und noch mit jedem Monat hat die Auslandsverschuldung zugenommen Liberalisierung, meine Damen und Herren, ist an sich ein guter Gedanke Nur ein Gedanke, der ebenfalls nicht zeitlos gedacht werden kann Natürlich ist eine hohe Ausfuhr, wenn sie sich erreichen lässt, auch uns lieber als eine gesenkte Einfuhr Man soll uns nicht mit solchen Selbstverständlichkeiten und Lappalien kommen Wir behaupten aber, auch auf der Schiene der Liberalisierung kann man nicht ohne Fahrplan fahren Ihre Ausgangsvorstellung, Herr Professor Erhard, war Man muss nur den anderen tüchtig etwas abkaufen, dann werden sie uns selbst auch schon entsprechende Warenbezüge abnehmen Dabei gab es aber leider die bekannten Ladehemmungen Und nun türmt sich vor uns ein bedrohliches Schuldengebirge in die Höhe Wir haben unbedacht und voreilig Vorleistungen erbracht, die zu keiner Zug- und Zugreaktion bei den anderen Partnern geführt haben Sehr wahr bei der SPD Uns als dem schwächten Glied in der Kette der europäischen Wirtschaftsvölker kommt hier keine Spitzenführung zu Wir können nicht den forschen Schrittmacher markieren Der Begriff des Mitläufers ist doch sonst bei uns so populär, meine verehrten Damen und Herren Heiterkeit Bananen und kalifornische Früchte Datteln und Feigen Zitronen, Apfelsinen Pampelmusen Weiße und blaue Trauben aus Bulgarien Hummer, Kaviar und Lippenstifte in allen Ehren Aber es hat sich hier ein leichtfertiger Dilettantismus Es hat sich eine bedenkliche Großmannssucht ausgetobt Und man hat alle unsere Warnungen in den Wind geschlagen Sehr richtig bei der SPD Zitat Ende Wird dieses Urteil des Dilettantismus der bedenklichen Großmannssucht durch die nüchternen Fakten bestätigt? Als Minister Nölting dieses düstere Bild malte, war unsere wahren Handelsbilanz gegenüber der EZU Im März 1951 zwar noch mit 25,5 Millionen D-Mark passiv Aber bereits die nächsten Monate brachten einen sehr beeindruckenden Umschwung zu einer Aktivierung dieser Warenhandelsbilanz Die Statistik gibt hierüber Aufschluss Anmerkung des Sprechers Es folgt nun eine Statistik des Statistischen Bundesamtes, die diese These bestätigt Angesicht dieser Fakten war es das einzig Richtige, den Ratschlag von Nölting Man solle sich nicht mit der Rolle des Mitläufers begnügen, nicht zu befolgen Nölting fuhr in seiner Rede, die in der Forderung gipfelte, das Amtsgehalt des Bundeswirtschaftsministers zu streichen, fort Zitat Wir haben uns mehr Luxus gegönnt, als man sich bei einem Produktionsindex von 117 leisten kann, wenn man nicht zum Bankrotteur werden will Drüben, das heißt in England, ist man durch die Mauser hindurch, die wir noch vor uns haben, verehrter Herr Bundeswirtschaftsminister Lebhafter Beifall bei der SPD Sehr gut bei der SPD Zitat Ende Wurde diese leidenschaftliche Anklage, die gewiss die Mithörer auffühlte, durch die Tatsachen gedeckt? England, das hier als Vorbild gerühmt wird, musste 1951 das bis dahin größte Handelsdefizit der Nachkriegszeit in Höhe von 1,197 Milliarden Pfund Sterling in Kauf nehmen Die Labour-Regierung trat im Oktober 1951 nach eineinhalbjähriger Amtszeit vorzeitig zurück und musste einer konservativen Regierung Platz machen Nölting fuhr in seiner Rede fort, Zitat Man braucht nur dem Entstehungsgrund und dem Quellen nachzuforschen, dann stößt man überall auf die Unmöglichkeit der ganzen Konzeption einer Wirtschaftspolitik, die immer in dogmatischer Erstarrung in den luftleeren Raum gerät und der der Boden längst unter den Füßen weggezogen ist Zwangswirtschaft ist, stelle ich noch einmal fest, verkrüppelte Notstandswirtschaft Niemals wünschenswert, aber leider zu gewissen Zeiten notwendig Zwangswirtschaft ist die Ergänzung einer freien Wirtschaft ihrer freien Wirtschaft, lebhafte Zustimmung bei der SPD, da wo sie nicht mehr weiter kann Deswegen fürchten wir, dass uns bald eine Neuauflage bevorsteht Dieser Bundeswirtschaftsminister, der einstmals ruhmredig auszog, sie zu bekämpfen ist nun bald so weit gekommen, dass er bei ihr landet Damit, Herr Bundesminister, schließt sich der Kreis Damit ist die Bahn durchmessen, die zu durchlaufen ihnen bestimmt war Der Wirtschaftsminister spricht heute von Planung Er, der uns neulich noch höhnisch sagte Ein bisschen Planwirtschaft gibt es genauso wenig wie ein bisschen Schwangerschaft Große Heiterkeit links Deshalb glauben wir, es wird auch immer nur ein bisschen Erhard bei dieser Planung vorhanden sein Beifall bei der SPD Meine Damen und Herren, wenn diese Konsequenz durch den zuständigen Minister offenbar nicht gezogen wird Dann muss sie ihm vom Parlament nahegelegt werden Nahegelegt werden in einer Weise, deren peinliche Deutlichkeit uns die vorliegende Situation bedauerlicherweise aufzwingt So habe ich im Namen meiner politischen Freunde folgenden Antrag der SPD zu überreichen Der Bundestag wolle beschließen Zitat Ende Die weitere wirtschaftliche Entwicklung erteilte die beste Antwort auf die Rede von Nölting Deshalb seien hier nur wenige Sätze aus meinen Ausführungen in der gleichen Sitzung verzeichnet Zitat Ich möchte feststellen, dass es erst diese unsere Wirtschaftspolitik dahin gebracht hat Dass für das deutsche Volk wieder Lebensmöglichkeiten geschaffen wurden Dass die wesentlichen demokratischen Grundrechte, die freie Berufswahl und die freie Konsumwahl sich durchzusetzen vermochten Dass das deutsche Volk erst infolge dieser Wirtschaftspolitik wieder an den Sinn der Arbeit glauben konnte Dass aufgrund dieser Wirtschaftspolitik die Sicherung einer geordneten Währung ermöglicht wurde Und dass es gelang, den Außenhandel aus Trümmern wieder aufzubauen Diese Grundlagen unserer Wirtschaftspolitik bleiben bestehen Wenn wir also auf den Prinzipien beharren So sind wir doch in Konsequenz der sich aus dem Korea-Konflikt ergebenden Entwicklung Bereit, Methoden und Verfahren zu ändern Wir wollen die Funktion des Marktes erhalten Aber wir sind uns darüber klar Dass manche Freizügigkeit und manche Freiheit Durch bewusste, planvolle und sinnvolle Regelung ersetzt werden muss Hört, hört und lachen bei der SPD Zuruf links, das ist ein Witz Zitat Ende Ich war in dieser Diskussion insofern in einer sehr schwierigen Lage Als die allgemeine Nervosität in der Welt Zu internationalen Rohstoffbewirtschaftungen der Gestalt geführt hat Das nur die Bereitschaft zur Anwendung solcher Verfahren Zuteilungen an bestimmten Rohstoffen ermöglichte Die IMC, International Material Conference Hatte ihre Tätigkeit aufgenommen Persönlich habe ich diese Methode für wenig fruchtbar erachtet Und tatsächlich sind wir mit einiger List über statistische Meldungen nicht hinausgegangen Das war im Wesentlichen die ganze Bewirtschaftung Und ich erlebte später zudem die Genugtuung Dass mir auch international die Richtigkeit meiner Auffassung bestätigt wurde Die Entwicklung der Korea-Hosse bereitete indessen nicht nur der Opposition Sorgen Einige Monate später In der 167. Sitzung des Bundestages Am 11. Oktober 1951 Glaubte die SPD sogar Das Ende der Marktwirtschaft sei nunmehr endgültig gekommen Dr. Kreißig äußerte hierzu Zitat Die Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik hat begonnen Mit dem Stichwort der freien Marktwirtschaft und der Liberalisierung Sie hat im Frühjahr dieses Jahres geendet Mit dem Einfuhrstopp vom 21. Februar Der das Fiasko der ganzen Politik vor allem auch im Außenhandel kennzeichnet Inzwischen sind natürlich in gewissem Zusammenhang mit den Vorgängen Seit dem Korea-Konflikt so ziemlich alle Prinzipien und Theorien Die der Bundeswirtschaftsminister hier immer wieder vertreten hat Und sein Dogma völlig zusammengebrochen Wir haben immer wieder erklärt Und wir werden nicht müde werden Es immer wieder zu sagen Dass die Wirtschaft in einem so zerrütteten Lande Ohne überlegte Lenkung und vorausschauende Planung Nicht in Ordnung gebracht werden kann Sie werden mir zugeben müssen Dass der Herr Bundeswirtschaftsminister Der ausgezogen war Die Zwangswirtschaft zu beseitigen Jetzt drauf und dran ist Bis zum Halse drinsteckt Wieder eine obendrein noch miserabel funktionierende Bewirtschaftung einzuführen Zitat Ende Beurteilte die SPD die Volksstimmung richtig? Als Dr. Kreisig sprach, schrieben wir den 11. Oktober 1951 In Nordrhein-Westfalen hatte die letzte allgemeine Wahl Vor diesen Ausführungen Die Landtagswahl vom 16. August 1950 Der CDU 2,29 Millionen Stimmen gebracht Die nächste Wahl, die Bundestagswahl Vom 6. September 1953 3,92 Millionen Wähler Um ein anderes Beispiel zu nennen In Hessen entschieden sich bei der Landtagswahl Vom 19. November 1950 348.148 Wähler für die CDU Am 6. September 1951 849.125 Diese Zahlen sprechen für sich Zu dieser Zeit heftigster Parlamentsauseinandersetzungen Bestand für den Bundeswirtschaftsminister kein Zweifel mehr Dass die aus der Koreakrise geborenen bescheidenen Ansätze einer Bewirtschaftung Die fast mehr der optischen Wirkung nach außen dienten Bald wieder völlig überbaut geworfen werden könnten Ich konnte deshalb kurz und bündig feststellen Zitat Wenn der Dr. Kreisig glaubt, dass wir drauf und dran sind In eine neue Zwangsbewirtschaftung hineinzukommen Dann möchte ich sagen Ich glaube vielmehr, dass ich drauf und dran bin Und die Verhandlungen und Bestrebungen sind mitten im Gange Aus der Bewirtschaftung wieder herauszukommen Wir werden also den umgekehrten Weg gehen Beifall bei den Regierungsparteien Zitat Ende Der neue versöhnliche Ton Damit waren die letzten großen Auseinandersetzungen im deutschen Parlament Um Sein oder Nichtsein der Marktwirtschaft beendet Die Wähler gaben in der Bundestagswahl vom 6. September 1953 Eine so eindeutige Antwort, dass man auch in der Opposition spürte Mit dieser volks- und weltfremden Kritik nicht auf dem rechten Wege zu sein Zwar gab es auch in den folgenden Jahren noch manchen Streit Wenn man jedoch die späteren Bundestagsprotokolle überprüft Entdeckt man nicht ein einziges mehr Das an Heftigkeit und Leidenschaftlichkeit Den Diskussionen im Wirtschaftsrat und in der ersten Legislaturperiode Auch nur annähernd vergleichbar wäre Welch anderer, welch versöhnlicher Ton herrschte einige Zeit später Als in der 106. Sitzung des Bundestages, die am 19. Oktober 1955 in Berlin stattfand Über die Konjunktursituation diskutiert wird Hier erklärt Dr. Heinrich Deist, der seit Jahren in der Eisen- und Stahlindustrie Eine führende Rolle spielt und innerhalb der SPD Immer mehr als Wirtschaftspolitiker Anerkennung findet Im Namen seiner Fraktion Zitat Zunächst möchte ich erklären Wir sind stolz darauf, hier in Berlin feststellen zu können Dass die einmalige Entwicklung der deutschen Wirtschaft In den letzten 10 Jahren die Frucht einer politischen, wirtschaftlichen Und gesellschaftlichen Ordnung war Die auf dem Fundament der Freiheit beruht Beifall bei allen Fraktionen Diese Entwicklung wäre ohne die gemeinsame Arbeit aller Schichten der Bevölkerung nicht möglich gewesen Sehr gut in der Mitte Aber auch nicht möglich gewesen Ohne das politische Kräftespiel der verschiedenen politischen Gruppen Das zu den wesentlichen Grundelementen der politischen Demokratie gehört Erneuter Beifall bei allen Parteien Ich möchte den Gedanken unterstreichen Dass die Sicherung der Stabilität der Währung Eine der wichtigsten Aufgaben der deutschen Wirtschaftspolitik ist Abgeordneter Dressbach, bravo Alle unsere bisherige Arbeit wäre vergebens gewesen Wenn wir diesem Gedanken nicht unsere ganze Aufmerksamkeit widmeten Sehr gut in der Mitte Wir werden daher alle Bemühungen unterstützen Die Stabilität der Währung zu sichern Beifall im ganzen Hause Eine dritte Feststellung Wir leben im Zeichen einer Wirtschaft, die auf hohen Touren läuft Wir stimmen darin überein, dass es falsch wäre Von einer Überhitzung der allgemeinen Konjunkturentwicklung zu sprechen Sehr richtig, rechts Die Tatsachen können noch nicht als alarmierend angesehen werden Sehr gut in der Mitte Zitat Ende Diese versöhnliche Grundhaltung Bei mancherlei sachlichen Meinungsunterschieden Im Einzelnen Bestimmt auch die zweite große Konjunkturdebatte Welche in der 153. Sitzung am 26. Juni 1956 stattfand Der Bundesminister für Wirtschaft erklärt Zur Opposition gewandt Zitat Herr Präsident Meine Damen und Herren Ich freue mich zuerst feststellen zu können Dass wir in der Konjunkturdiagnose gar nicht so weit auseinander liegen Alles, was Sie gesagt haben Hinsichtlich der Bedeutung der Preise Hinsichtlich der Kapazitätsausnutzungen Der Verlängerung der Lieferfristen Als Zeichen einer gefährlichen Konjunkturentwicklung Die wir zu beachten haben Wird von mir voll unterschrieben Ich gehe auch noch darin mit Ihnen einig Dass der neuralgische Bereich Auf der Investitionsseite zu suchen ist Auch die Analyse der Außenhandelssituation Mit der Entstehung hoher Überschüsse Wird von mir und ich glaube von diesem ganzen Hause Als richtig anerkannt Ich möchte dazu nur feststellen Dass wenn in diesem Zusammenhang Vom Wirtschaftsministerium Die Anregung zu einer Zollsenkung gekommen ist Dass nicht etwa die Antwort auf Klagen der OEEC war Sondern dass umgekehrt die Aktivität Die wir entfaltet haben Und der Wille, den wir in Richtung einer Zollsenkung Bekundet haben In Paris auf der Ebene der OEEC Wahrscheinlich manche Entscheidungen Und manche Entschlüsse Die da heranreiften Gegenstandslos werden lassen Zitat Ende Und zum Schluss der eingehenden Auseinandersetzungen Mit den SPD-Sprechern Zitat Zitat Im Ganzen möchte ich sagen Ich halte diese Diskussion für fruchtbar Und es ist wirklich ohne Ironie Sondern aufrichtig empfunden Dass ich mich darüber freue Dass ich mich im Laufe von vielen Jahren Auch mit der Opposition Auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik Mehr und mehr zusammenraufen konnte Zitat Ende Zitat Ende Heiterkeit und Beifall auf allen Seiten Es muss allerdings bezweifelt werden Ob mit diesem versöhnlichen Ton Das Verhältnis zwischen Regierung und Opposition Im wirtschaftspolitischen Bereich Einen neuen Ausdruck gefunden hat Einige Wochen nach dieser Auseinandersetzung Spricht die Fraktion der SPD wiederum Von der Zitat Fragwürdigkeit der Wirtschaftspolitik Dieser Bundesregierung Zitat Ende Und davon Zitat Dass die wirtschaftspolitische Propaganda Von Regierung und Koalitionsparteien In den letzten sieben Jahren Unehrlich und unverantwortlich war Zitat Ende 168. Sitzung des Deutschen Bundestages Am 7. Dezember 1956 Letztlich finden auch hierin Die Auseinandersetzungen Zwischen den liberalen Wirtschaftspolitischen Kräften In der SPD Und denjenigen Die sich nicht von den sozialistischen Doktrinen Alterprägung zu lösen vermögen Ihren Niederschlag 19 harassment